Aber meistens verliert man doch. Erste der Moment, wo du denkst, dass du mit dem ganz großen Geld nach Hause kommst und dann spuckt der Automat deine Wülle. Ach du, das ist der Moment! Wann fährst du Taxi? In drei Jahre schon. Wieso? Guck mal wieder aus. Ich glaube, ich erinnere mich nicht. Benjamin, du weißt, dass es keinen Sinn macht, oder? Dass du hier bei mir bleibst. Hast du verloren, Mann? Ich seh heute zurück, ich schwör, bitte. Ohne Plan kommst du nirgendwo hin. Geht doch. Du bist am Verlieren, Papa. Du verlierst. Mein Papa hat gespielt und er hat sehr, sehr viele Schulden. Mann, ich hasse dich! Ich hab dich immer gehasst! Immer! Du hasst mich! Du hasst mich! Du hasst mich! Aber ich weiß nicht, dass du dir mein Leben verbrauchst. Ich zuck unser Geld zurück. Was willst du denn? Was willst du denn? Was willst du denn? Ich weiß nicht, ob ich überhaupt was mache, oder? Natürlich kannst du. Das ist dein Sohn. Ich bin ein Du入... 찾아� 나도! Natürlich... Ich sit da alleine! Ich rede mir! Das ist Leben!